Mein Sohn im Vergleich zu mir. Mein zweijähriger Sohn beginnt mit der linken Seite. Er beginnt zuerst den Hintergrund von den Tegern zu machen. Er hat wirklich mega Spaß am Malen und wollte alle Materialien ausprobieren, die ich hatte. Und nachdem er den Hintergrund gemacht hat, hat er begonnen den Tegern auszumalen. Ich war dann schon ein bisschen nervös, als er angefangen hat mit Schwarz zu malen, denn ich dachte, er macht gleich irgendwas Verrücktes. Dann hat er noch das Bild unterschrieben und im nächsten Teil mal ich die rechte Seite.